und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge gary's map baromads wir spielen heute die map ich hab's vergessen silent town mit dabei ist auch der koba hallo 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 und wir haben es nicht nur sondern wir machen es auch gerade im live stream also wenn ich mal ab und zu im chat was vorlesen dann habt erbarmen genau und wieso hast du überhaupt 250 leben und nicht nur 100 ich habe auch nur 100 bei mir hast du 200 wenn ich dich angucke 200 250 prozent ok da wollen wir mal los yo what is this place what yo alia yo ich bin schon von der stimme erschocken alia yo alia ist noch mehr gas oh gas geil hallo ich bin schon mal werbe hallo noch irgendwas hier oder oben wir können auch nicht springen wir können wir können nicht hoch springen also viel wir können und wenig da oben ist was ich würde sagen rechts vor links die türen gehen ja nicht auf hier wieder hinten geht okay ich glaube ein russer hat die map gemacht ok mein freund boom headshot die map gibt es wie immer die map packen wie immer in die wiederbeschreibung wenn ihr sie testen mögt wollt wollt mögt ich hab schon angst so fluren lang zu laufen weil hier geht es rein hallo ha alter schwede was zur hölle ist das für eine map hallo ist aber cool gar nicht cool hallo maut sie und nun oh was hast du gemacht das ist eine krober ach so und wir dürfen die nun rumführen und was machen wir damit ach vielleicht unten jetzt der krober öffnen ähm war die Tür vorhin schon ja die war schon ja du musst vorbei sonst oder hier ich glaube du musst hier die linke machen wo oder ja n er ist or Was, da war einer? War da irgendwas? Nein, das war zu schnell. Hat mir einer zugewunken. Ah, ist cool. Er hat gesagt, hallo Michael. Ich sag, gut, wenn du eine Bestellung haben möchtest, dann sag's lauter. Yo, what the fuck. Am I the only one who hears the whispering? Ja, ich glaub schon. Wieso ist überall Blut auf dem Boden? Kann ich, kann ich, kann ich das Batman-Mobil nehmen? Ich will das Batman-Mobil fahren. Zu Batman. Da müssen wir rein. Ist da hinten noch irgendwas? Ja, ich geh jetzt mal hier. Wir können aber auch hier rein. Nehmen wir zuerst an die Tür rein. Warum nicht? Enge Räume sind nicht immer gut. Oh, und sehr viel Blut. Hallo? Nein. Ich wundere, warum sind diese Tür neben der Wand? Hä? Ich wundere mich natürlich, warum die Stühle und Tische in der Wand sind und kein Blut an der Wand überall ist. Ich führe es jetzt so. Ich führe es jetzt so. Was? Ich führe es hier. Natürlich, ich, auch in dem Horror... Maler sie. Auch wenn ich in dem Horror irgendwas... In dem Horrorfilm wundere ich mich auch, wieso die Stühle an der Wand sind und nicht, warum überall Blut auf dem Boden liegt. Na. Logisch. Ich kann noch nicht mal rennen. Hallo! Hallo! Tja! Wie gehts... Was war da? Irgend so eine komische schwarze Gestalt Hä, waren wir nicht schon mal von Niveau gekommen, oder? Nicht? Hä? Jetzt? Haben wir irgendwas zum Aufhelpen, oder haben wir irgendwas zu versehen? Haben wir schon irgendwas zu versehen? Weil er wundert jetzt sich... ...dass da... ...dass da... ...dass da... ...dass da... ...dass da mit nem Batman-Mobil rum? Ein Batman-Mobil? Ach, da liegt doch was! Ein Zettel! Ja, wir... ...were... ...forced... ...to leave... ...our homes... ...combinals... ...but... ...combinals... ...released... ...a lot of... ...headcrabs... ...into the subway area... ...because of an animal... ...they said... ...we have moved somewhere else... ...I think about... ...a bad way... ...didn't they move... ...us already... ...I think they are... ...having problem... ...ah... ...okay... ...and... ...how can I get it... ...click to leave the... ...but wait... ...also... ...die wurden geforced... ...aus den häusern... ...die leu... ...what... ...hallo... ...wieso... ...die wurden geforced... ...aus den häusern zu laufen... ...weil... ...headcrabs irgendwo... ...in den Kanälen rumlatschen... ...und die es nicht gebacken kriegen... ...die kaputt zu machen... ...glaub ich... ...is was falsch... ...oder? ...und nun? ...und nun? ...ja, keine Ahnung... ...ja, alles ok... ...what... ...hat da einer geschlüffelt? ...will's doch gleich... ...Jetzt? ...hat sich da was irgendwas aktiviert? ...ja... ...ja... ...m... ...oh... Irgendwas machen wir falsch. Ja, weil da hinten stehen ja auch Fahrzeuge. Müssen wir vielleicht aus dem Fenster irgendwie rausspringen? Das Fenster kaputt machen, oder? Wie denn, wenn wir nicht springen können? Können wir hier mit dem Ding irgendwas machen? Nein. Ähm... Ja. Ja. Und da kommen wir doch raus. Und da kommen wir ja. Da kommen wir ja her. Ist irgendwas hier? Ja. Ich weiß nicht, ich kann es nicht erkennen. Ich sehe es nicht. Oh neee! Aha! Achso, das hast du! Ich bin nicht zuhause. Was sind deine Autos? Was ist hier denn? Wieso bleibst du, wenn du so einfach an Geburt willst stehen? Hallo? Weiß ich nicht. Geht es da nirgends noch lang? Ich habe keine Ahnung. Ja. Wo du bist? Zurück. Also da, wo sie hergekommen sind. Wo es nicht weiter ging. Wir können doch nirgends mal in den Kanal, oder? Entschuld... Was? 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 Wo ist das denn? 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 Hier gehst du doch weiter, oder nicht? Wo ist das denn? 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 Ah, ich hab was aufgenommen! Achso, okay. Ich wollte sagen, ich mach nen kleinen Cut. Aber du hast was gefunden. Willst du denn das benutzen? Ich glaub da, irgendwo. Wow, okay. Okay, dann... Machen wir halt einen kleinen Cut hier. Ich wollte sagen, bis wir suchen. Aber, jo. Machen wir kurz. Wir bedanken uns für die erste... Äh... Was wollte ich sagen? Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Bei der ersten Folge. Ich hoffe, dass es gefällt euch. Dämmchen nach oben sehen wir immer gern. Und irgendwelche Kommentare. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.